Pfennigs Vorles bringt Hilfe. Er hat keine Munition. Oh! Oh, die Flasche ist gefahren. Oh, die Flasche ist gefahren! Oh, die Flasche ist gefahren. Oh, was? Gang raus! Komm, Alter, komm hier bitte! Komm, Alter, komm hier bitte! Geh raus! Geh raus! Oh, der hat wieder Bock einfach nur zu fahren. Oh, was macht der? Oh, der hat ja... Hahahaha! 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 Schon frei? Keiner. Alles. Keiner. Oh, I ripped. Der Killer hätte sitzen müssen. Die Nade ist aber gut, die Nade könnte gut sein. Nevermind. Hahahaha! 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 Timotharn noch, meiner besten Waffe. Digga, Timotharn. Deine T-Map schreibt. Ewigwürdig. Mal schauen, wir werden es sehen. Eli holst zwei, ja. Wird da aber jetzt einfach niedergerannt. Päckchen droppt in Spawn rein. Noch zwei auf B. Hat Info. Oh, wenn ihr da jetzt noch Rächer holt. Oh, was passiert denn da, Alter? Wie lebt er noch? Bro. Geil. Boah! Die Runde ist noch machbar, so ist es ja nicht. Aber Gurke ist viel zu weit weg eigentlich. Was macht Lucky denn? Einfach rennen. Die Runde. Bro, der Typ cheatet aber auch. Er spielt dann einfach A-Map. Er hat aber keinen Kitz. Aber es war doch ein Kitz. Ich dachte, ich hab ein Kitz. Und Ene macht einen Ace. Digga, der Typ. Der macht das Ace in der Piste, Digga. Der frackt aber auch geisteskrank, Digga. Aber er frackt. Wunderschön wieder frackt aus. Wow! Wow! Oh man! Oh man! Wo soll ich die Taliban geben? Uhhhhhhhh! Spiel Planung Das ist ein Verlo, Bro! Ahhhh! Nein! Nein! Haha! 10% Rabatt! Vor dem Prop-String war ich immer müde. Aber seitdem ich mir drei davon morgens, mittags und abends reinkrachte, auf ganz gemütlich, dann ballert das richtig, Freunde. Ich sag's euch, meine allergajusten, ihr müsst da mal richtig reinbattern. Genauso wie Rostocker Jungs gerade den Knife Round gewonnen haben. Wer das jetzt heute nicht einschaltet hat, verpasst ihr das Power-Spiel der Woche! I don't know this. Die gedroppt ist, man, viel besser hätte die nicht droppen können. Guck ich's mal an. Die ist einfach... Die hätte auf den Spot droppen können, aber sie fliegt zurück und fliegt um... Damit hat man die Runde wahrscheinlich auch sogar gesaved. Nur mit die Duel-Fahrheit raus, ich frag's mir immer nicht. Das ist nicht schwer, ey. Seid ihr... Seid ihr... Seid ihr... Barretta-Freunde? Oh, starker Frack von Witcher. NMV, auch geklatscht. Aber die Barrettas leben noch. Irgendjemand ist ein Monster. Aber nicht Monster. Oh, was, Digga? Junge, aber mal nicht jetzt. Warte mal, der hat einen Ace gemacht mit den Barrettas gerade. Oder? Oh, das gehört der Bulling. Oh, das gehört der Bulling. Oh, die Barrettas! Ah, was? Bulling! Du Rentner, Digga! Der geht nicht durch! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, lieber Edi! Zum Geburtstag, viel Glück! Vier Mann vor ihm. Digga, aber David piekt halt! Dann gibt ihm halt einen Headshot, aber geht halt drauf. Bei der AK halt besser ist. Ja, aber warum piekt er? War der Muffer wie das? Oh, guter Start. Aber wird direkt getradet. Aber die Spieler sind alle low. Eli, hallo! Digga! Hippie! Digga, Hippie hat so ready gemacht. Aber die Orb ist die Waffe, die du willst hier in dem Klatsch. Lower P, die Orb, ein Schuss. Und Eli klatscht jedes Mal, wenn er hier im Plateau steht. Aber die Frage ist, wer wird zuerst den Fehler machen? Die Smoke hilft dir tatsächlich ein bisschen, wenn er hier einen Move macht. Aber Edi... Acht Sekunden! Er fängt's. Geisteskrank! Geist ist krank! Geist! 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 Oh? 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 Eine AP! Oh, 1-Me-5! Apolina stirbt. No Max, es ist wieder Timing. Was ist der Headshot? Was ist Timing? Ja, aber hast du es gesehen? Das kannst du mir nicht erklären. Oh Kai, Junge! Mach mal! Ah, ich brauche! Ich brauche, ich brauche! Oh! Ja! 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 Im Rakhali-Ghost-Move, ja. Was wird hier angespielt? Ja, mit den Low-AP. Schwierig. Er steppt auch. Warum steppt er denn? Vielleicht hat er gedacht, er wird Instant-Beat. Hat das noch? Reicht das? Das reicht sogar. Ja, krank. Bruder. Dann Party sneaked sich da, 2-Kin. Und die Zeit ist nahe schon vorbei, außer Party peaked jetzt. Aber, nein. Die Lunde sollte gesessen sein. Oh! Oh nein, er pfefft sie! Oh! Hau die Nade raus. Die Nade kommt sehr böse. Und man holt die durch die Wand. Und 1-on-1. 1-on-1. Man ist komplett aware of Redox. Ich weiß nicht warum. Oh, schön auf Side. Oh! Was? Was? Oh, mein Gott! Was passiert hier? Oh, einer ist nach oben drinnen. Der könnte in die Ronde. Die ganze Zeit. Alter, starkes Fass. Oh! 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 Oh no. Oh no! Oh! Oh! noch einer da wenn man jetzt wird ist die runde ist sehr sehr schwierig Der Thrill ist absolut eingepannt. GG's! Franz Pre-Take mit zwei sicken Headshots und entscheidet das Derby. 16 zu 4 für Pirmasensor Inferno. I'll sleep! Geil, ist das krank?